Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserem Stadtgespräch des heutigen Abends zum Thema Stadt der Lebenswerke, Weinbrenner, Tula und Co., Pioniere, Planer und Passionen und Sie werden natürlich schon wissen, weil Sie alles gelesen haben von unserem Medienpartner BNN oder in unserem schönen Flyer, dass wir natürlich nicht nur historisch bleiben wollen. Ich denke, wir haben eine sehr interessante Runde zusammenbekommen, eine sehr heterogene Runde und ich werde nachher ganz wenig dazu sagen. Ich darf mich vorstellen, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Caroline Robertson von Trotha und ich bin Direktorin des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft und Studiumgeneral hier am Karlsruhe Institut für Technologie. Wir freuen uns sehr, dass wir gebeten worden sind, diese Reihe zusammen mit Stadtmarketing als Partner auszurichten und dass wir für die Planung von acht von den zwölf Stadtgesprächen zuständig sind und ich also für die wissenschaftliche Leitung und die Kuratisierung von diesen Themen die Verantwortung benehmen. Vier von den Themen sind von dem anderen Partner übernommen worden, nämlich also von Frau Ursula Knapp. Denn wir wissen alle, wir haben also Karlsruhe als Wissensstadt, aber Karlsruhe auch als Residenz des Rechts und deswegen ist es auch gut und richtig, dass vier sehr spannenden Themen zu Recht und Demokratie von Frau Knapp übernommen worden sind. Ganz kurz eine Vorbemerkung zum Thema ZAK und öffentliche Wissenschaft. Es ist uns immer wichtig, dass wir überlegen, wie wir Themen aus der Wissenschaft, aber auch Themen aus der Stadt in die Wissenschaft bringen und dass wir die Möglichkeit bieten, mit ganz unterschiedlichen Formaten Personen aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Kultur und aus vielen Themen zusammenzubringen, damit sie sich informieren können und vor allem aber auch, dass sie auch diskutieren können mit uns. Wir haben komplexe Themen in der öffentlichen Wissenschaft und daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir wirklich daran bleiben und ich freue mich sehr, dass jetzt bei dem vierten von unseren acht Themen, dass wir hier Full House wieder haben und das zeigt uns auch, dass es richtig ist, dass wir diese Themenreihe gemacht haben, obwohl wir jetzt sozusagen August und Hauptferienzeit haben. Aber genug der Vorrede, jetzt will ich ganz, ganz kurz überlegen bzw. Ihnen sagen, was wir heute gedacht haben bei unseren Themen. Natürlich habe ich meinen Zetteln wieder durcheinander gebracht, aber das macht gar nichts. Wir haben also überlegt im Hinblick auf das Thema, also Stadtentwicklung und die Weiterentwicklung auch von Erbschaften, die man sozusagen übernimmt, dass wir Personen brauchen, die zielstrebig sind und also die Passionen und auch Ideen haben. Wir brauchen Institutionen, die sie tragen und wir brauchen auch natürlich die Verantwortung, die diese Personen mit sich bringen, um eben auch zu überlegen, wie also das, was da ist, auch weiterentwickelt wird. Denn ich glaube, dass für jede Stadt, auch eine junge Stadt mit 300 Jahren, dass die Frage, also Weiterentwicklung, ganz, ganz wichtig ist. Und wir werden in diesem Zusammenhang auch sehen, natürlich, dass Infrastrukturen, also die Architektur, die eine große Rolle spielt oder aber auch unsere öffentlichen Verkehrsmitteln heute auch, also eine große Rolle spielt, dass sie in dieser Stadt immer eine große Rolle gespielt haben. Aber als ich jetzt die Reihe zusammengetan habe, habe ich überlegt, wie war es, und das erzähle ich gerade als kleines Anekdötchen, als Studentin, wir haben auch immer gesehen, die Stadt oder gedacht, die Stadt ist eine Beamtenstadt. Und das galt ein bisschen als verstaubt und langweilig. Und ich glaube, dass heute Abend mit unserer Reihe werden wir diese Stereotypen sehr grundlegend widerlegen. Dass wir sehen, also dass auch die Weiterentwicklung der Stadt sehr, sehr häufig, also sehr siehstrebig von Amtsträger auch weiterentwickelt worden ist. Und daher freue ich mich, dass wir in unserer Runde, die ich nicht vorstellen werde, weil sie gleich vorgestellt werden, einmal in unseren kleinen Einstimmungstrailer, aber auch von unserem Moderator, nämlich, ich bin sehr froh, nämlich, dass wir natürlich wieder Markus Brock für die Moderation gewinnen konnten, als Profi, der das gleich übernehmen wird. Also wir werden, wie immer, es jetzt so machen, dass wir den kleinen Einspielfilm haben. Und dann wird Markus Brock die einzelnen Referenten auf die Bühne bitten und sie im Näheren vorstellen. Wir werden dann also etwa 40 Minuten, 45 Minuten eine sicherlich sehr interessante Diskussion haben. Und dann werden wir Sie bitten, sehr gerne Ihre Fragen zu stellen und Ihre Kommentare dazu abzugeben. Ganz herzlichen Dank. Stadt der Lebenswerke, Weinbrenner, Tuller und Co. Pioniere, Planer und Passionen. Wo ich am liebsten abreißen würde, das wäre die Versicherung, die badischen Versicherung, weil das war die ganze Zeit im Weg von unserem Sonnenuntergang in meiner alten Wohnung. So, okay, I can't see it anymore, the machine-bau-building. Hinterm Reuninger, da ist ein sehr altes Mietshaus, das stört eigentlich das Stadtbild, das könnte wirklich verschwinden. Das neue Gebäude am Dullacher Tor, was gerade erst gebaut wurde wegen den Baustellen, grau und hässlich und lockig, das könnte man gerade wieder abreißen. Den Altbau von der Böb, das finde ich wirklich grauenvoll. Zum Schlosspark, diese Reihe, das finde ich toll, wenn man da fährt, also das ist schon was Tolles. Das Naturkundemuseum mag ich ganz besonders. Der Turm vom Schloss, maybe some of the cathedrals. Also alle historischen Gebäude, alles was ein bisschen älter ist, ich finde die alten Stadthäuser sehr schön, natürlich die Schlösser, die sind alle wunderschön. Schloss, auf jeden Fall Schloss. Neben klassizistischen und barocken Bauten, Fachwerk- und Jugendstilhäusern, bietet Karlsruhe auch avantgardistische Beispiele des neuen Bauens, wie die Dammerstock-Siedlung, die nach einem Entwurf von Walter Gropius, dem Vater des Bauhauses, gebaut wurde. Die moderne Stadt ist das Ergebnis der Werke und Lebensprojekte, die damit einhergingen. Friedrich Weinbrenners Klassizismus prägte das heutige Gesicht der Fächerstadt. Zu seinen Werken gehören die Nord-Süd-Achse, die Pyramide, das Rathaus, das Großherzog-Karl-Denkmal oder die Evangelische Stadtkirche, in deren Gruff der bedeutsame Architekt seine Ruhestätte fand. Der Ingenieur Johann Gottfried Tuller ist in die Geschichte der Stadt unter anderem als der Rheinbegradiger eingegangen. Auf einer Strecke von 266 Kilometern wurde der Verlauf des Flusses korrigiert. Tuller gründete die Karlsruher Ingenieurschule, die später durch den Zusammenschluss mit Weinbrenners Architekturschule zur Polytechnischen Hochschule wurde, einem Vorläufer der späteren Universität Karlsruhe und dem heutigen Karlsruher Institut für Technologie. Die Realisierung von Ideen ist stets verbunden mit Veränderungen des Bestehenden. So haben alle Projekte von der Rheinbegradigung bis zum Bau der U-Bahn ihre Für- und Widersprecher. Über die Stadt der Lebenswerke diskutieren die Pianistin Frau Prof. Fanny Solter, der Ingenieur und Ehrenbürger der Stadt Karlsruhe Dr. Dieter Ludwig, die Architekturprofessorin Frau Prof. Kerstin Goethe und der Stadtarchivar Dr. Manfred Koch. Markus Brock moderiert. Diskutieren Sie auch mit. Guten Abend. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Toll, dass so viele gekommen sind zu diesem doch sehr vielschichtigen Thema. Vielen Dank, Frau Prof. Robertson von Trotha, für die Einführung. Und wir haben noch einen Überraschungsgast, der nicht im Film drin ist. Ich werde Ihnen die Dame gleich auch vorstellen. Wir sind nämlich zusammengesessen und haben gesagt, wir hätten eigentlich noch gerne jemanden, der die Aufgabe hat, ein Lebenswerk fortzuführen. Denn das ist ja auch ein Ding. Eines zu schaffen, ist eine Sache. Aber dann so große Schuhe zu bekommen und zu sagen, jetzt mach du das mal weiter. Schwierig. Man sagt ja immer, ich glaube, die erste Generation baut auf, die zweite Generation hält es und die dritte verspielt es. Sie ist in der zweiten. Das werden wir nachher hören. Aber wir machen es der Reihe nach. Auf jeden Fall wird das natürlich wild hin und her gehen. Wir werden zwischen den Themen springen, aber werden doch bei den Lebenswerken, die es für eine Stadt gibt, werden wir doch feststellen, dass es erstaunlich viele Parallelen gibt, wie es Frau Robertson von Trotha schon angedeutet hat. Ich darf Sie herzlich auf die Bühne bitten, Frau Prof. Dr. Fanny Solter. Sie ist weltweit gefeierte Pianistin, war ab 1976 Professorin für Klavier- und Klavierkammermusik und ab 1984 dann 17 Jahre lang Rektorin der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe und hat sie ganz entscheidend geprägt. Sie zählt auch zu den gefragten Juroren bei bedeutenden Klavierwettbewerben in aller Welt, hat Meisterkurse überall auf diesem Planeten gegeben, Moskau, Tokio, Jerusalem, Spanien, Italien, Brasilien, Argentinien, hat den Verein Pro Arte in Königsbach-Stein gegründet, deren erste Vorsitzende und künstlerische Leiterin sie seither ist, hat die Musikschule Westlicher Enskreis ganz wesentlich mit angestoßen, war Mitbegründerin und erste Vorsitzende der Internationalen Händel Akademie in Karlsruhe und sie ist natürlich für ihr großartiges Engagement vielfach geehrt worden. Also ein Leben für die Musik, aber eben nicht nur in der Musik, sondern auch wirklich für die Musik. Ich darf Sie sehr herzlich auf die Bühne bitten. Schön, dass Sie da sind. Dann ein Mann, den ich niemand in Karlsruhe vorstellen muss und in der ÖPNV-Szene in der Welt, in der ganzen Welt, ich sage es ganz bewusst, auch niemand vorstellen muss. Dr. Dieter Ludwig, viele nennen ihn ja den Straßenbahnpapst, das ist er auch, er kriegt, ich moderiere ab und zu Kongresse zum Thema Nahverkehr, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und da kriege ich immer mit, mit was für einer Ehrfurcht, also die werfen sich eigentlich alle vor ihm in den Staub, vor dem, was er geleistet hat. Er ist langjähriger Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, der AVG, der KASIG, des KVV und Ehrenbürger der Stadt Karlsruhe. Er war auch viele Jahre Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV, hat in Karlsruhe Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Verkehrswesen studiert, dann über Jahre seit den 70er Jahren Karlsruhe mit dem Karlsruher Modell, kennen Sie alle, die Verknüpfung von Straßenbahn und Straßenbahnnetz und Deutsche Bahnnetz, konsequent Karlsruhe eben zur Vorzeigestadt für Straßenbahnen gemacht und das in der Zeit, das darf man nie vergessen, als Straßenbahn eigentlich als Auslaufmodell gehalten. Damals haben alle ihre Straßenbahnen abgeschafft und er hat gesagt, nee, wir machen das Gegenteil, das muss man auch erstmal durchsetzen. Die Renaissance der Straßenbahnen weltweit ist ganz wesentlich sein Verdienst, er ist natürlich auch bundesweit vielfach geehrt worden und nur so für den Hinterkopf, heute fahren Karlsruher Stadtbahnwagen auf einem Netz von über 700 Kilometer und befördern 170 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Und dass er die Bahnen im Blut hat, ist eigentlich nur logisch, er ist nämlich während einer Zugfahrt zur Welt gekommen. Werden wir gleich mehr dazu hören. Herzlich willkommen, Dr. Dieter Ludwig. Dann haben wir bei uns Prof. Kerstin Goethe, Stadtplanerin und seit 2004 Professorin am Institut Entwerfen von Stadt und Landschaft an der Architekturfakultät des KIT. Sie war vorher Amtsleiterin des Stadtplanungsamts in Ludwigsburg, weiß also auch, wie die praktische Seite aussieht. Am KIT betreibt sie praxisnahe Stadtforschung zu Perspektiven des ländlichen Raums, Innovationen in urbanen Lehrräumen in Karlsruhe und Seoul in Südkorea und zu Kirchen in der Stadt. Außerdem ist sie unter anderem in der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Herzlich willkommen. Ich darf Sie dorthin bitten. Dann Dr. Manfred Koch, er war lange Jahre Stadthistoriker im Stadtarchiv Karlsruhe, hat als Autor, Mitautor, Herausgeber und Redakteur viel über die Stadtgeschichte veröffentlicht, unter anderem auch über Stadtplätze, Migration und Integration, die Geschichte des ÖPNV, Ortsgeschichten von Dachslanden und Grünwinkel. Er ist außerdem Herausgeber und Redakteur des Blick in die Geschichte, arbeitet mit bei der Koordinierung der Stolpersteinverlegung und im Stadtarchiv für das digitale Stadtlexikon. Herzlich willkommen. Und last but not least, die Dame, die nicht mehr in den Film reingepasst hat, was daran lag, dass der Film schon fertig war, als wir sie noch begeistern konnten, heute Abend bei uns zu sein. Daniela Bechtold-Schwabe, die ein Lebenswerk übernommen hat und fortführt. Seit knapp fünf Jahren ist die studierte Wirtschaftsingenieurin mit Fachrichtung Unternehmensplanung, geschäftsführende Gesellschafterin der BIG-Gruppe mit Sitz in Karlsruhe, die ihre Eltern Gisela und Bernd Bechtold, eher langjähriger IHK-Präsident, gegründet und groß gemacht haben. Vor zwei Jahren hat sie dann die Gesamtverantwortung für das Unternehmen übernommen und nach ihrem Studium in Karlsruhe hat sie sich, so sieht es zumindest aus, werde ich sie nachher natürlich fragen, ganz konsequent auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie hat internationale Erfahrungen in China und Spanien gesammelt, hat bei Siemens und bei Ernst & Young gearbeitet und es ist auch ein richtig großes Unternehmen. Dieses BIG-Logo, das kennen Sie alle. Das stecken dahinter 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die machen Beratung, Planung und Betrieb von Immobilien, in Ingenieurplanung, Facility Management, Sicherheit, also ein Riesenunternehmen und ein ganz wichtiger Arbeitgeber hier in Karlsruhe. Herzlich willkommen! Aber lieber Herr Ludwig, jetzt müssen Sie uns erstmal erklären, ob diese Geschichte wirklich stimmt. Sind Sie im Zug zur Welt gekommen? Ja, das ist richtig, aber ich habe das nicht so mitbekommen, ich war zu jung. Meine Mutter ist Ostpreußin, wir haben in Danzig bin ich aufgewachsen, mein Vater war aus Mannheim und dann ist meine Mutter zu meinem Vater gefahren mit der Eisenbahn und dann waren wir, aber wir sind über das Ruhrgebiet umgeleitet worden, weil da sehr viel kaputt war zwischendurch und dann musste mein Vater, ich war immer ungeduldig im Moment, ich konnte es gar nicht schnell genug kriegen und so kam ich auch drei Wochen vorher auf die Welt, mitten in der Eisenbahn. Mein Vater musste dann irgendwie schnell heißes Wasser holen, das konnte er nur bei der Lokomotive bekommen, beim Tender und dann hat er mal geguckt, wo wir da stehen und das haben wir nachher das Signal eingemessen und da kam eben raus, ich bin in Dortmund geboren. Ich habe Dortmund 30 Jahre lang nicht mehr gesehen, aber ich bin Dortmunder. Und in der Eisenbahn geboren, das war ein Zeichen für das ganze Leben. Offensichtlich, denn das war ja eigentlich immer klar, sehr früh schon, dass Sie da hinwollen, genau da hin, oder? Ja, so ist es, ich war von Anfang an, ja. Von Geburt aus, nicht? War das bei Ihnen auch so, dass immer klar war, Sie gehen in die Musik und Sie werden sich der Musik Ihr ganzes Leben lang widmen? Ja, also als ich vier Jahre alt war, hat meine Mutter mich gefragt, ob ich Klavier oder Violine lernen wollte und weil mein Bruder Violine gesagt hat, habe ich Klavier gesagt. Und so fing es an. Und ein paar Jahre später, ich glaube, es war ein oder zwei Jahre später, habe ich im Kino einen Film gesehen mit Arthur Rubinstein, wie der spielte. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will spielen wie er. Und so war es dann festgelegt. Und Ihre Mutter hat nicht gesagt, gut Karlsruhrisch würde es heißen, ich glaube, dass du spinnst. Nein, nein. Als Sie gesagt haben, ich will wie Rubinstein spielen. Nein, nein, sie hat immer alles versucht und alles getan, damit ich weiterkomme. Nun ist es eine Sache, wie Rubinstein zu spielen, eine andere Sache ist es auch noch, Rektorin einer Hochschule zu werden und das auch noch in schwieriger Zeit und die immer weiter aufzubauen. Das war von Anfang an klar, dass Sie mehr tun wollen, als Klavier zu lehren und zu spielen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich war ja, ich habe in Freiburg studiert an der Hochschule. Damals war Freiburg vielleicht die beste Musikhochschule in Deutschland gewesen. Also ich kam aus Freiburg berufen nach Karlsruhr, geprägt von der Atmosphäre, von der Qualität der Hochschule in Freiburg. Und es war so, erstens muss ich sagen, meine Berufung bekam ich, oder den Ruf bekam ich am 31. Dezember 75. Und ich habe den damaligen Rektor Eugen Werner-Felte gefragt, wieso wird so eine Korrespondenz am letzten Tag des Jahres geschrieben, verschickt und so weiter. Und er sagt, ja, er wollte das unbedingt machen, weil es gab die Gefahr, dass die Musikhochschule Karlsruhe geschlossen wird, aufgelöst wird. So kam ich in diese Situation nach Karlsruhe. Und ich war die Professorin Nummer 8. Ich war die erste 8. Professorin überhaupt an der Musikhochschule in Karlsruhe. Wir sind heute 48 davon. Und das heißt, ich musste sofort in den Senat als Mitglied teilnehmen und es ist halt so, wenn ich eine Meinung habe, kann ich nicht still sein. Also, wenn irgendwas... Das geht Herrn Ludwig, glaube ich, auch so. Das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich, um Lebenswerkzeug zu setzen. Also, wenn irgendwas diskutiert wurde, dann sagte ich, in Freiburg macht man das so oder so oder so. Das war ein guter Maßstab gewesen. Und überhaupt meine Ideen und meine Äußerungen haben Herr Felte sehr interessiert. Und so sind Sie da langsam reingewachsen. So bin ich dann da gewachsen. Nach seinem Tod, der wäre, 1984 wäre er wiedergewählt gewesen und eine Woche vor der Wahl ist er gestorben. Und da haben die Kollegen schon zu mir gesagt, jetzt musst du. Dann musste ich. Und Sie haben es mit Erfolg und Bravour gemacht. Wie war das denn bei Ihnen? Sind Sie gefragt worden, ob Sie in diese Richtung gehen wollen oder war das klar, dass Sie das mal übernehmen werden? Nach meinem Abitur hätte ich eigentlich gerne Musik studiert. Also, ich war eigentlich vier Jahre lang so mit meiner Querflöte verheiratet und habe aber gedacht, ich werde niemals ein Solo-Künstler werden. Und da kam ich dann auf die Idee, Mensch, irgendwas, wo deine Passion drin liegt, dann wollte ich Architektur studieren. Da hat mir auch das Allerletzte gefehlt, um es wirklich machen zu wollen. Und erst dann kam der Wunsch, den ich in der Grundschule witzigerweise schon immer hatte. Da wollte ich Wirtschaftsingenieur werden. Da habe ich das mit S-C-H-N-Ö geschrieben. Da wird man auch immer in dem Album gefragt, was man werden will. Und da kannte ich natürlich die Richtung durch meinen Vater. Der war einer der ersten Wirtschaftsingenieure hier in Karlsruhe. Aber trotzdem wollte ich eigentlich erst mal mal austesten, will ich nicht doch was anderes machen? Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, das ist eigentlich die richtige Verbindung. Also, wenn eher Maschinenbau statt BWL und die Mischung war dann schon das Richtige für mich. Also, Ihre Eltern haben nie gesagt, Mensch, mach doch. Und haben nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als sie gesagt haben, ach, ich will Querflöte studieren. Also, mein Vater hätte gerne gesehen, dass ich Musik studiere. Echt? Ja. Und er hat dann gesagt, bist du wirklich sicher? Er hatte eher Angst, dass ich das eher aus ihm zu Liebe oder so mache. Und als Sie dann studiert haben, war dann klar, dass Sie ins Unternehmen reingehen? Also, es klingt schon ein bisschen so, aber ich habe mich immer gerne beschäftigt mit dem Unternehmen. Ich war immer im Unternehmen und habe Studienarbeiten gemacht und habe die Leute kennengelernt. Das ist einfach etwas, was man gerne macht und der Weg war überhaupt nicht vorgezeichnet. Also, ich hätte danach auch gerne was anderes gemacht zunächst. Und wirklich erst, als ich die, Sie hatten es vorhin gesagt, bei der Unternehmensberatung war und gerade sagte, jetzt kündige ich, ich möchte was anderes machen. Dann sagte er, oh, jetzt musst du nachdenken. Jetzt oder nicht. Das war dann 2009. Und dann erst hat er gesagt, überlegst dir, du musst nicht, aber du kannst. Und ich habe mir dann ein halbes Jahr Zeit genommen, um zu überlegen, ob ich das wirklich will. Und wie schwierig ist es, in solche Fußstapfen reinzutreten? Und auch, als das Kind, das wahrscheinlich früher im Unternehmen rumgesprungen ist, dann auf einmal als erwachsene Frau da reinzukommen und zu sagen, so, ich bin jetzt der Chef? Also, ich glaube, man kann alles bis zu Ende denken, aber wenn das richtige Bauchgefühl ist und man sich zutraut, dass man ein Solokünstler wird oder dass man was bewegen kann und dass man unternehmerisches Blut schon immer hat, also man wird dazu irgendwie geboren, man ist es. Da kann man studieren, was man will. Und ich glaube, das habe ich immer mitgebracht. Ich habe immer irgendwelche eigenen Dinge gemacht. Und so habe ich mir schon vorstellen können, dass wenn ich mich verwirklichen will, dann als Unternehmer und wenn ich dann auch noch in ein Unternehmen komme, was sowieso schon immer kreativ war, dann hat sich das einfach richtig angefühlt. Und würden Sie auch sagen, wichtige Grundvoraussetzung, um so ein Lebenswerk fortzuführen oder um es, wie es Ihre Eltern geschafft haben, zu schaffen, erst mal ist, dass man den Mund nicht halten kann, dass man seine Meinung hat und seinen Weg geht unbeirrt von dem, was da links und rechts kommt? Also, wer mich kennt, weiß, dass ich mich immer zurückhalte und nie meine Meinung sage. Guck mal zu Ihrem Mann rüber, er lacht. Was würden Sie sagen als Historiker? Was sind die Grundvoraussetzungen, um den Biss, das Durchhaltevermögen zu haben, ein Lebenswerk zu schaffen in dieser Dimension? Es ist im Grunde genommen die Leidenschaft für die Vergangenheit, aus der man dann wiederum die Gegenwart erklären kann. Nicht voraussagen, aber immerhin erklären. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Ich bin dazu gekommen, ich hatte verschiedene Optionen während des Studiums. Ich wollte Dramaturg im Theater werden, ich wollte Lektor in einem Verlag werden oder die dritte Alternative war eben Lehrer. Dann hatte ich das Glück, dass nach einem Examen der Professor zu mir kam und gefragt hat, ob ich nicht an einem Forschungsprojekt eine Quellenedition zum Ersten Weltkrieg mitmachen möchte. Dann habe ich gedacht, gut, das ist Buchproduktion. Das geht in die Richtung, die ich eigentlich wollte. Und da bin ich dann eingestiegen und habe gedacht, Schule kann warten. Und es ist nichts mehr aus der Schule geworden. Es ist beim Forschen und Produzieren von Büchern geblieben. Wenn Sie jetzt schauen auf berühmte Karlsruhe, die große Lebenswerke geschaffen, haben auf Weinbrenner, auf Tula, auf Nebenius, der Ihnen ja ganz, ganz wichtig ist. Wir kennen alle die Nebenius-Schule in Karlsruhe, aber so genau, was der Nebenius gemacht hat, weiß man gar nicht, können wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen. Sind das Leute, die einen ganz besonderen Biss mitgebracht haben, eine ganz besondere Vision? Die Lokalgeschichte ist voll davon. Also wir haben überall, wo Sie hinschauen, Leute, die Visionen hatten, die Großes geleistet haben. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nicht auslassen, weil vorhin das Stichwort Beamtenstadt gefallen ist. Das wird ja immer pejorativ gemeint. Langweilig, träge, uninspiriert. Man kann dem aber auch eine andere Wendung geben. Man kann sagen, die kreativen Köpfe in Karlsruhe, die Wissenschaftler und, und, und. Viele, sehr viele waren Beamte. Insofern verdankt die Beamtenstadt Karlsruhe eben den Spitzenbeamten, die auf dem Apparat fußen, sehr, sehr viel. Das nur als kleine Radbemerkung zum Thema Beamtenstadt. Auch Dieter Ludwig war Beamter, ja? Ja, ich war auch Beamter. Ich weiß. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Beamten aufzählen, angefangen von Tuller, Weinbrenner, Nebenius, über Baumeister, den Stadtplanungserfinder oder den Erfinder der Stadtplanungstheorien, bis hin zu Slotterdeik und Riem. Alles Beamte. Darf man nicht vergessen, wenn man sagt, Beamtenstadt. Ja, man meint natürlich was anderes damit. Aber ich habe auch gelernt, eben auch mal abends nach dem Feierabend zu arbeiten. Als Beamter habe ich bei Kurt Stengel gelernt, das war auch der ehemalige Werkleiter aus Karlsruhe, der hat mich abends von 8 bis 22 Uhr, also von 20 bis 22 Uhr beschäftigt. Also wir mussten auch als Beamte noch arbeiten. Hat sich ja sowieso, das muss man ja wirklich sagen, ziemlich gewandelt. Von wegen da um halb vier nach Hause gehen, nicht? Und da hat er öffentliche Dienste einen ganz falschen Touch bekommen. Das ist sehr gut, dass wir das mal auf den Tisch legen, was wir alles geleistet haben. Nun haben wir gerade immer wieder von Visionen gesprochen. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja. Das ist ein guter Kahn, aber nicht. Es ist eben die Frage, ob diese Art Visionen vorzubringen, wie sie zum Beispiel von Weinbrenner formuliert worden sind oder wie sie dann auch persönlich vertreten worden sind, ob das wirklich heute bezogen auf Planung, bezogen auf Stadtplanung, noch der Weg ist. Ich bin der Meinung, es hat sich eben etwas verändert, weil im Grunde genommen an vielen solchen Projekten sehr viele Leute beteiligt sind. Insofern würde ich sagen, Herr Ludwig, Sie sind eine rühmliche, beeindruckende Ausnahme. Ja, aber ich glaube, das ist eine eher ungewöhnliche, Sie stellen sozusagen einen Typus dar, der eher ungewöhnlich gewesen ist und das typische heute, wenn man sozusagen Ideen oder Visionen umsetzen will, dann geht es eigentlich darum, viele Verbündete zu finden und auch Menschen zu überzeugen, mitzunehmen und in diesem Prozess unter Umständen auch Visionen wieder zu verändern und unter Umständen mal fallen zu lassen. Das wird ja auch zunehmend schwieriger, große Projekte umzusetzen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber ich möchte noch mal kurz bei Weinbrenner nachdenken, wie war das denn bei dem damals? Naja, Weinbrenner ist ja eigentlich eine interessante Person, weil er auf der einen Seite vom Fürsten eingesetzt war und auf der anderen Seite aber schon die bürgerliche Stadt geplant hat. Und ich war jetzt in dieser tollen Ausstellung und da ist mir dann aufgefallen, wie viele seiner Projekte auch gar nicht umgesetzt worden sind. Auch er hat schon die Erfahrung machen müssen, es gibt nicht genug Geld oder das Projekt ist zwar schön, aber es will dann doch keiner. Und er hat ja wahrscheinlich, das werden Sie genauer wissen, aber ich vermute mal, dass er fast doppelt so viele große Gebäude für Karlsruhe geplant hat, wie nachher gebaut worden sind. Vielleicht ist es auch übertrieben, die typische Übertreibung, aber jedenfalls deutlich mehr hat er geplant, als gebaut worden sind. Aber er hatte doch zumindest einen Chef sozusagen hinter sich, der an das geglaubt hat, was er gemacht hat. Und das war natürlich auch ganz wichtig, also um zum Beispiel so etwas wie diese Achse über die Plätze bis zum Ettlinger Tor, um so etwas umzusetzen und dabei auch noch eine Kirche abzureißen. Dazu muss man ja schon auch eine politische Kraft hinter sich haben. Und die hatte er dann. Das wäre schwierig, da gibt es ein paar Bürgerinitiativen dagegen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das wäre nicht ganz so einfach. Übrigens, das Haus, das am Marktplatz hängt, bei diesen wunderbaren Kunstirritationen des ZKM, ist auch ein Weinbrennerhaus. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das ist tatsächlich aus einer Häuserzeile in der Zehringer Straße isoliert rausgenommen. Normalerweise hat das links und rechts noch Häuser dran. Und ist aber ein Original-Weinbrennerhaus, das da nachgebaut worden ist in Leichtbauweise und da jetzt mit den Wurzeln so schön hängt. Man muss es schaffen, als Visionär die Politik hinter sich zu bringen, sonst geht es nicht. Und Sie haben das ja, ich habe es vorhin gesagt, in der Zeit geschafft, wo alle gesagt haben, Straßenbahnen weg, Busse, Autos, wir brauchen noch keine Straßenbahnen mehr. Aber immerhin, der Günter Klotz war der, der das verhindert hat, dass man die Straßenbahnen stilllegte. Es waren die Gutachter ja da und die Sachen weg mit dem alten Karren da. Das ist nur störend. Das stört uns alle. Da hat der Günter Klotz es geschafft, das zu verhindern, dass die Straßenbahn stillgelegt worden ist. War es nur der Günter Klotz oder waren nicht auch Sie da schon hinterher? Nein, da war ich noch nicht da. Der Günter Klotz hat mich zwar eingestellt, aber ich habe immer ein paar Aufsichtsratsvorlagen in seine Wohnung bringen können, habe mir seine Frau geöffnet und sagte, guten Tag, Frau Oberbürgermeisterin. Und dann brüllte der da hinten, Moment, Oberbürgermeister bin ich, das ist meine Frau. Und da sind wir ganz schnell sehr befreundet worden. Mit dem Günter Klotz konnte ich sehr gut, ich habe es ja alle erlebt, den Seiler, den Fähnrich, den Otto Dullenkopf, nicht? Vor den 300 Jahren bin ich ja 40 Jahre hier in Karlsruhe. Ja, aber einiges mit, aber nochmal auf Ihre Frage. Man muss mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden, muss man immer Hand in Hand gehen. Und ich hatte die große Freude, dass ich mit Oberbürgermeistern, die haben immer alles das gemacht, was ich gewollt habe. Sie haben es also abgedeckt, nicht? Wie haben Sie das geschafft? Ja, durch Beretsamkeit, indem ich immer was vorgemacht habe. Also ich meine, ich habe ja nur gute Sachen gemacht. Insofern war das dann einfacher, nicht? Naja, aber es war ja doch eine Zeit, wo die vielleicht gedacht haben, was will der eigentlich, die anderen schaffen das alle ab, wieso sollen wir das weitermachen? Sie mussten denen doch irgendwie die Idee einimpfen. Das war nur die erste Tour. Meine erste Strecke, die ich gebaut habe, war die da in Langensteinbach nach Ittersbach hin. Da habe ich eine Bahn bauen dürfen für die AVG. Erich Hoffmann hieß dieser Bürgermeister, ja auch Feuer und Flamme war dafür. Und das war die erste Bahn, wo ich gewaltigen Ärger bekommen habe in meinem Verband. Da sagen die, da kommt dieser Himmelherrgotsdonnerwetter und baut eine Bahn, wo wir sie alle abreißen. Drei Jahre später war ich Präsident von dem Club, weil das war ein voller Erfolg. Und da habe ich eben gesehen, man muss seinen Visionen auch nachkommen können. Wir haben da aus dem Karlsbad ja was gemacht dann. Ja, und es ist nicht ganz wichtig, die Taktik zu haben, die Frage geht auch an Sie, der Politik das Einzuimpfen, die Idee, dass die hinterher losmarschieren und denken, das war meine Idee. Ja, ja. Also man muss sich selber zurücknehmen können. Man muss, das ist völlig richtig, man muss eben dem Oberbürgermeister das Gefühl geben, der Mann hat Recht und ich muss das auch vertreten, dass er dann meiner Meinung ist. Das ist ja die große Kunst, die eigene Meinung dem jeweils im Aufsichtsratsvorsitzenden beizubringen, dass das richtig ist. Und das ist mir eigentlich immer gelungen. So funktioniert übrigens auch große Politik. Ich habe mal ein sehr interessantes Gespräch mit Horst Teltschik gehabt, dem ehemaligen Sicherheitsberater von Helmut Kohl. Der hat mir erzählt, wie die Deutschen und die Franzosen in der EU früher wunderbar funktioniert haben, was heute leider nicht mehr so gut läuft. Wenn die Deutschen was ganz Wichtiges anschieben wollten, dann ging es während der EU-Ratspräsidentschaft der Deutschen los und man hat sich darauf geeinigt, dass es beendet wird, das Projekt, wenn die Franzosen die Präsidentschaft haben, bei den Franzosen war der Ruhm immer wichtig. Und die Deutschen haben gesagt, Hauptsache es wird gemacht. Also das ist eigentlich genau das Ding, er impft ein und dann kann sich hinterher jemand stolz hinstellen, sagen, ich habe es geschafft und egal, Hauptsache man hat das Ziel erreicht. Nun bei Ihnen war es ja so, dass die Musikhochschule auf der Kippe stand. Das heißt, Sie mussten es auch schaffen, wirklich Menschen hinter sich zu bekommen. Damals, das war Eugen Ferner Feld. Und ich habe dann eigentlich mit ihm gelernt, wie man sowas macht. Er rief mich sehr oft nachts um elf oder so und sprach über die Probleme und was er dann machen würde. Er hat einen Freundeskreis für die Hochschule gegründet mit ganz wichtigen Leuten, auch hier vom Bundesgerichtshof und so. Und die haben dann dafür gearbeitet, damit die Hochschule weiter existiert. Und es gab während meiner Amtszeit so viele Momente, wo auch in der Zeit von Lothar Späth, wo ich irgendwann so Anruf kriegte vom Ministerium, ja, wie ist das, können wir Herr so und so, ich sage nicht den Namen, bei Ihnen als Professor positionieren. Der möchte nach Baden-Württemberg und so. Ich sage, ja, was kriegen wir denn dafür? Und dann kam die letzte Frage von Herrn Späth, ja. Was sagt die Frau sollte, wenn wir die Professur, die sie möchte, nicht geben? Dann sagte ich, dann gibt es keinen Deal. Und so kam der Herr so und so nach Karlsruhe, aber wurde gleich am selben Tag beurlaubt, nicht? So, dass wir kein Problem mit der Person hatten, bis er dann pensioniert wurde und so weiter. Aber wir haben die C4-Professur bekommen, die dann an Renate Ackermann ging. Und das war ein unglaublicher Erfolg für die Hochschule. Das war die Frau, die dann die Opernschule aufbaute für das Niveau, dass wir heute noch davon profitieren. Und so ging es auch mit einigen anderen Deals, ja. Also Herr Späth war sehr gut für Deals, das muss man sagen. Ja, und er hatte ein Herz für die Kultur. Sehr. Das ist natürlich auch ganz wichtig, das braucht man. Einen sehr starken Herz gehabt, ja. Und Sie hatten auch in der Stadt großen Rückhalt, auch politischen Rückhalt, oder? Ja, also mit Herrn Seiler habe ich sehr viel zu tun gehabt, wegen Grundstücke, nicht? Weil, also während meiner Amtszeit musste ich für verschiedene Bauten für die Hochschule arbeiten. Das Schloss bekam ich als Erbschaft im Rohbau. Also ich musste zusammen mit Frau Jakobait dieses Haus zu Ende bauen, was eine tolle Aufgabe war, auch mit Kunsthistorikern und so weiter. Und dann ging es eins nach dem anderen. Dann kam das Maßstahlgebäude und da hatte ich mit Seiler zu tun. Weil wir brauchten auch die Unterstützung der Stadt. Und damals war Frau Ungar-Seuka, unsere Ministerin, ja. Und jedes Mal, wenn ich sie traf, bei einem Empfang oder so, als sie mich sah, das Erste, was ich sage, ja, mit dem Maßstahlgebäude, jetzt mal, das war zehn Jahre Arbeit, auch mit viel Politik. Und der Herr Seiler hat das auch dann sehr stark unterstützt. Auch dann für den Campus, was wir jetzt haben, diese Form, brauchten wir das Grundstück, nicht? Damals war aber die Asylanten auf diesem Grundstück. Und es gab dann ein Deal mit dem BGV. Der BGV brauchte ein Grundstück, das unser war. Und wir brauchten aber dieses Grundstück, das dem Bund angehörte. Und so haben wir mit dem BGV, wir haben dem BGV erlaubt, dieses Grundstück zu kaufen vom Land. und dafür hat BGV die ganze Gebäude von den Asylanten abgerissen und das Grundstück vorbereitet, damit das Land das erwerben konnte. Also ganz, ganz clever gedealt. So kriegt man dann am Ende, was man möchte. Und was hat die Musikhochschule heute? Viele sagen, es ist der schönste Campus einer Musikhochschule in ganz Deutschland. Nicht nur wegen dem Schloss, sondern wegen der ganzen Anlage. Das ist draus geworden. Nun merkt man, da muss geschachert werden, da muss man mal Leuten Ideen einimpfen, da muss man auch mal zurücktreten bei den eigenen Interessen. Mit der Wirtschaft ist das wahrscheinlich etwas anders, oder? Wie war das, als Ihre Eltern dieses Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut haben? Wie haben die das gemacht? Was gab es da für Widerstände? Man muss einfach eine gute Idee konsequent verfolgen, oder? Oder ist das auch so, dass man immer irgendwelche Deals machen? Also zunächst fand ich es mal, möchte ich auch mal ganz kurz noch zu dem, was vorher besprochen wurde, sagen. Ich glaube nicht, dass es irgendwann leichter oder schwerer ist, irgendwelche Projekte umzusetzen. Denn auch wenn ich meine Eltern frage, oder auch wenn ich mit Älteren spreche, die die große Projekte umgesetzt haben, und ich denke, auch Sie, Herr Dr. Ludwig, werden mir zustimmen. Es war immer schwierig, zu seiner Zeit irgendwas umzusetzen. Und man musste eine Vision haben, und man musste sie einfach, man musste selber Ecken und Kanten haben, und dann einfach auch Menschen gewinnen. Und ich glaube, das gewinnende Wesen ist auch in der Wirtschaft wichtig. Meine Eltern haben mit sechs Mitarbeitern begonnen, das Unternehmen zu gründen. Das war sicherlich vom ersten Tag an schwierig, was Sie mir erzählen, dass es einfach, Sie müssen sechs Menschen vom allerersten Tag an den Lohn und Brot halten und die Aufträge suchen, aus einem sehr, sehr guten Verdienst, den mein Vater vorher hatte, diesen Schritt zu gehen. Ich war ein Jahr alt, meine Schwester zwei Jahre alt, es war sicherlich keine leichte Situation, auch kein vermögendes Elternhaus, aber meine Großmutter ist dann mit eingestiegen, aber jetzt mit keinem Vermögen, sondern einfach mit Haus und Hof mit gesichert. Und ich glaube, das habe ich auch mitbekommen, also dieses wirkliche Unternehmertum. Und mein Vater kommt nach Hause und strahlt und erzählt jeden Tag, als wäre es das tollste Geschäft der Welt. Und ich glaube, so ist es auch im Unternehmertum. Sie müssen andere Menschen mitreisen, sie müssen auch, wenn es mal nicht so läuft, einfach immer sagen, aber es geht weiter und der Weg, die Visionen, wo soll das Unternehmen hingehen? Ich glaube, das ist etwas, wo sie Menschen mitnehmen müssen. Ich möchte hier in der Stadt immer Kitas bauen, weil wir für Unternehmen auch Einrichtungen machen. Wir sind gerade zwischen dem Schloss Gottesaue und dem BGV, also wir haben für die beiden Einrichtungen eine Kita, die wir auch betreiben. Und es gibt so viel Nachfrage und jetzt muss ich auch immer die Stadt und alle wieder überreden, dass sie uns Bauplätze zur Verfügung stellen. Da muss ich auch viele dicke Bretter bohren, dass es da überhaupt was gibt. Und so gibt es auch wirtschaftliche Themen. Bis man ein Grundstück findet in Karlsruhe, um sich zu erweitern, da muss man auch dicke Bretter bohren, weil wir wenig Gewerbefläche in Karlsruhe haben. Also es gibt immer wieder Projekte, wo sie viele Menschen mitnehmen müssen und dann auch sagen, es ist für ein gutes Ziel und alle wollen, dass wir hier weiterbleiben. Und so gibt es ganz viele Themen in der Wirtschaft, wo mitnehmen und Visionen haben, ganz wichtig ist. Aber ich glaube, es ist... Man muss Menschen begeistern können, nicht? Das ist das Entscheidende. Das geht beim Aufsichtsratsvorsitzenden vor, dem muss man begeistern, fängt es an und dann nachher bei den Menschen auch. Ich habe 65 Planfeststellungen gehabt und es sagten Sie vorhin, es ist heute sehr schwierig, ein neues Projekt durchzuführen. Und ich bin froh und stolz, dass wir nicht ein einziges Verwaltungsgerichtsverfahren gehabt haben. Man muss die Leute eben wirklich mitnehmen und man muss sich begeistern. Auch die eigenen Mitarbeiter muss man begeistern. Ja, aber wenn man sich jetzt heute die großen Widerstände anguckt, die es immer wieder bei Großprojekten gibt. Eben. Ich meine, Stuttgart 21 ist als leuchtende Beispiel. Ich verweise immer wieder gerne auf einen sehr schönen Artikel von ein paar Monaten in der Süddeutschen Zeitung. Großer Artikel, wie geht Karlsruhe mit seinen Großbaustellen um, und wie geht Stuttgart damit um. Da ist die badische Gelassenheit doch wirklich hochgepriesen worden. Wirklich, ich meine, wir machen lustige Postkarten mit den Baustellen und bei den Stuttgartern kennen sie sich immer noch an Bäumen. Also es ist wirklich sehr unterschiedliche Herangehensweise, aber es befürchten ja viele, dass Großprojekte in solchen Dimensionen in Deutschland gar nicht mehr realisierbar sind in Zukunft. Mein Kollege aus Singapur, der kommt alle fünf Jahre nach Deutschland, der sagt, ich glaube immer, ich komme in ein lebendes Museum. Bei euch sieht es genauso aus wie vor fünf Jahren, weil wir eben die Großprojekte nicht mehr durchziehen können. Es dauert eben alles sehr viel länger. Und da bin ich eben doch sehr stolz, dass wir mit der unmittelbaren, beschäftigt mit der unmittelbaren Begeisterung der einsten Leute doch sehr weit gebracht haben, ohne in die Verwaltungsgerichtsbarkeit hinein zu gehen. Ja, aber Sie haben ja vorhin angedeutet, das geht heute nicht mehr so. Ich glaube wirklich, dass es schwieriger ist. Ich glaube natürlich, Sie haben völlig recht, Visionen sind nötig und es ist auch nötig, sozusagen andere für die eigene Sache zu begeistern und für bestimmte Ideen zu begeistern. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, da sozusagen einen langen Atem zu haben. Gleichzeitig ist es so, dass wir hier in Stuttgart, Quatsch, hier in Karlsruhe die Erfahrung gemacht haben, das Dörfle, das Dörfle sollte abgerissen werden und es sollten dort Hochhäuser hin. Das waren auch Visionen unserer Vorgänger, also meiner, der Architekten, die mich ausgebildet haben, sozusagen. Und dort sollten Hochhäuser entstehen. Und es ist ein Widerstand aus der Bürgerschaft gewesen, der gesagt hat, kann man denn das nicht auch anders machen? Und im Grunde genommen waren ja dann anschließend eigentlich alle auch sehr froh damit, dass das Dörfle jetzt hier nichtestens in Teilen stehen geblieben ist und dass diese Hochhäuser an der Stelle nicht entstanden sind. Ich stimme Ihnen zu, Herr Ludwig, dass das sozusagen, wenn man es aus Fernost betrachtet, kommt einem Europa manchmal vor wie ein Museum. da gehört das dann sicher zu, aber nun richten wir uns ein da drin. Und diese Lösung mit dem Dörfle, die ist seinerzeit also auch richtig bundesweit bekannt gewesen als ein Beispiel für die erhaltene Erneuerung. Und es ist ein Beispiel dafür, dass man eine Vision eben auch mal ändern muss. Also ich kann es nur so in den Raum stellen. Das ist eben Voraussetzung, dass Sie eine Vision hatten, wo Sie glauben, dass es wirklich besser ist. Wenn ich daran denke, was sich für viele Schwierigkeiten hatten, in der Sudetenstraße, in der Richtung Heide oben, da habe ich Volksaufstände gehabt. Bei dem amerikanischen Casino habe ich gedacht, die werden mich verhauen. und kaum war die Bahn fertig gewesen, kamen sie mit großer Begeisterung und haben gesagt, das ist eine gute Sache. Und das muss man eben vorher fühlen, ob man damit durchkommen kann. Oder ich denke an Wildbad zum Beispiel. Da hat mir der Apotheker mich mit Goebbels verglichen, weil ich da auch Begeisterungsreden gehalten habe. Und kaum ist die Bahn dann gelaufen und die Menschen kamen und es war ein voller Erfolg, hat er mir eine Kiste Champagner geschickt und gesagt, das hätten sie gut gemacht. Das ist ja meine Prognose auch für Stuttgart 21. Weil wenn man sich die Stuttgarter Geschichte der letzten 60, 70 Jahre anguckt, dann Fernsehturm wollten alle nicht haben. Restlich Fernsehturm, jetzt sind sie alle stolz drauf. Messe in Stuttgart wollten alle nicht haben. Jetzt wird sie völlig geräuschlos nochmal gewaltig erweitert und alle freuen sich, dass sie eine schöne Messe haben. Und wenn der Bahnhof funktioniert, wo es ja durchaus Zweifel immer wieder gibt, ob das wirklich so funktioniert, dann glaube ich, werden die Stuttgart auch ganz glücklich mit ihrem Bahnhof sein wahrscheinlich. Also man muss wahrscheinlich, wenn Sie in die Geschichte gucken, werden Sie das wahrscheinlich bestätigen, man muss manchmal auch Widerstände überwinden und immer dranbleiben, weitermachen. Durchstehen, oder? Durchstehen, ja. Keine Frage, Widerstände sind da eben überwunden zu werden. Wo immer Sie hinschauen, als Thula angefangen hat, den Rhein zu begradigen, haben ihm die knieligenen Aufstand geliefert. Es ist überall das Gleiche, wenn ein Visionär kommt. Wenn jemand sagt, da ist die große Lösung, dann kommen die Kleinen und sagen, vor unserer Haustür geht das nicht, wir wollen das nicht. Keine Veränderung in meinem Umfeld. Das muss Sie nur in die Gegenwart schauen. Windparks, Stromtrassen, Großprojekte, überall, oder jetzt ganz konkret heute in der Zeitung, ein neues Finanzamt in der Oststadt, was passiert? Die unmittelbaren Anlieger, die beschattet werden durch ein höheres Haus, machen Widerstand. Also wo immer Projekte im großen Maßstab angegangen werden, gibt es von den unmittelbar Betroffenen, die Veränderungen erfahren, in ihrem Umfeld immer Gegnerschaft. Ja, und wie überzeugt man? Einfach indem das Projekt so gut ist, dass man die Mehrheit hinter sich bringt oder indem man die richtigen Deals macht? Man muss den Menschen die Angst nehmen. Man muss sie sozusagen mitnehmen, man muss sie in die Projekte früh einweihen, ihnen sagen, was kommt und ihnen sagen, welche Verbesserungen es für sie bringt. Nicht nur die Verschlechterung, sondern die Verbesserungen zeigen. Das zeigt der Blick in die Geschichte überall. Nun haben wir in Karlsruhe, ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, gab es auch hier im Pavillon einen Diskussionsabend dazu, gerade die Diskussionen laufen über ein räumliches Leitbild für die Stadt, wo gefragt wird, wo soll sich denn Karlsruhe als Stadt baulich hin entwickeln? Da gab es eine sehr schöne Ausstellung in der Fleischmarkthalle, im Schlachthofareal. Hier wurde diskutiert, der Prozess ist jetzt so weit, wo drei große Planungsbüros einbezogen worden sind und da sozusagen die Quintessenz aus den drei Entwürfen kondensiert wurde. Jetzt geht es in die Politik und wird weitergetragen. Ist das denn was, wie man in Zukunft Großprojekte noch konsensfähig machen kann, wenn man es schon in so frühen Stadien mit der Bürgerschaft diskutiert, wie das da passiert ist? Es ist ein Versuch. Also das ist eben der Versuch, quasi nicht mit einer ganz konkreten und genauen Vision zu kommen, sondern eigentlich mal zum Beispiel zu sagen, wir lassen mal eine Ideenkonkurrenz zu. Es gibt hier drei Büros, da geht es jetzt nicht um die Frage, wer hat am Ende das Beste, die beste Lösung, sondern es geht um die Frage, wer hat eigentlich für welches Problem die interessanteste Lösung und vielleicht sind am Ende verschiedene Aspekte aus den drei Lösungen, die dann sozusagen zu der Vision führen. Das Ziel ist natürlich, eine tragfähige Vision über die wichtigsten Fragen für die nächsten 20, 30 Jahre zu haben. Das finde ich auch nach wie vor wichtig, aber es ist eben ein anderer Weg, um dieses Ziel zu erreichen. und das Besondere dabei ist eben, dass auch zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt noch gar nicht genau wusste, wie geht das eigentlich aus, sind diese Dinge öffentlich diskutiert worden, in sehr gründlichen Besprechungen. die sind auch gut besucht gewesen, trotzdem ist natürlich, kann es passieren, dass im nächsten Schritt dann genau wieder das passiert, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich, dass dann die Anlieger eines konkreten Projektes, was vielleicht Inhalte dieses Leitbilds umsetzen will, kommen und sagen, nee, aber hier nicht bei uns im Garten, da wollen wir keinen Schatten haben oder dieser Baum darf nicht gefällt werden und so weiter. Also dieses Verfahren bietet natürlich noch keine Gewähr dafür, dass das dann auch im Konkreten bei jedem Einzelprojekt nachher durchgeführt wird, aber es ist doch ein, meine ich, vernünftiger Versuch, mit anderen gemeinsam hier mal einen Schritt weiter zu kommen, denn was da zum Beispiel diskutiert worden ist, das ist die Frage, jetzt haben wir diesen fantastischen öffentlichen Nahverkehr, aber müssten wir nicht vielleicht auch mit dem Autoverkehr etwas anders umgehen in dieser Stadt? Also geht eigentlich dieses Nebeneinander von Autos und Straßenbahnen in der Form, ist das noch sinnvoll oder gibt es bestimmte Bereiche in der Stadt, wo im Grunde genommen, sagen wir mal, das Parken auf der Straße ein bisschen reduziert werden müsste? Also solche Fragen sind ja da durchaus gestellt worden. Das heißt, es geht immer wieder darum, wie kann man das, was wir jetzt haben, dann eigentlich in die Zukunft weiterdenken? Ja, es ist so, dass wir als ÖNV-Gewaltiger, habe ich nie das Auto als Gegner betrachtet, das war ein Mitbewerber, aber wir können heute unsere Probleme in unserem Verkehrswesen nur dann lösen, wenn wir es miteinander gestalten. So haben wir zum Beispiel 15.000 Park-and-Ride-Plätze überall in der Region gebaut. Ich habe in Würden ein Parkhaus gebaut, damit wir das Auto da möglichst stützen und abfangen können, bevor sie in die Stadt fahren. Wir nehmen die Radfahrer mit in unsere Straßenbahn. Wir haben Carsharing Hauptstadtzimmer geworden, weil wir mit unseren Monatskarten die Grundgebühr spart. Also wir müssen es miteinander machen. Volker Wismann hat mir sehr geholfen insgesamt, weil er auch schon erkannt hat, wir brauchen die moderne Telematik, dass wir ein Miteinander das machen. Also nicht Gegnerschaften, kein Gegenaufbau. Aber Sie haben ja auch dazugelernt im Verlauf dieser Zeit. Also ich erinnere mich, wir hatten ja zwei Bürgerentscheide, zum Beispiel zur U-Strapp. Beim ersten sollte die Bahn noch überirdisch fahren auf der Kaiserstraße. Da habe ich auch mit Nein gestimmt, weil ich gesagt habe, also wenn, dann will ich die ohne Bahnen haben. Und beim zweiten Mal habe ich mit Ja gestimmt. Also Sie haben sozusagen dann schon den Bürgerwillen angenommen, haben gesagt, nee, da müssen wir es doch anders machen. Aber wir haben sehr viel Zeit verloren und deshalb sind unsere Kosten davon gelaufen. Stellen Sie sich vor, wir hätten 1996 den Bürgerentscheid, der ja die U-Bahn auch schon vorgesehen hat. Ich habe immer in Etappen gebaut. Ich habe ja nie das Endziel gezeigt. Wenn wir nach Heilbronn eine Straßenbahn bauen wollten, haben wir nach Bretten, dann nach Eppingen immer Stück für Stück. Und so wollte ich auch die U-Bahn bauen. Erstmal die U-Bahn, dann die Kriegsstraße. Und dann hat man das Volk aber Nein gesagt. Aber das hat dann sehr viel teurer geworden, wenn man dann neu anfängt. Und dann verliert man sehr, sehr viel Zeit. Und wir haben da 10, 15 Jahre verloren. Wir wären im Jahre 2002, und zwei wäre unsere U-Bahn schon gelaufen. Wenn ich es hätte selber machen können. Leider. Ja, ja, ich bin dann, die Altersgrenze ist ja zwingend im Kommunal, in der öffentlichen Hand. Da muss man eben mit 68, muss man gehen, ob man will oder nicht. Deswegen hat jetzt mein Nachfolger dann diese U-Bahn bauen wollen. Und der hat es nicht gewollt. Und der hat es eben alles hingeschleppt. Aber jetzt sind wir ja optimistisch, dass 2020, glaube ich, alles fertig ist. Es muss bis dahin fertig werden, weil die Segnungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, wo man mit vollem Geld arbeiten konnte, das hört im Jahre 2019 auf. Und was wir dann später bauen, müssen wir selber bezahlen. Sowas kann enorm beschleunigen. Mit Sicherheit. Beschleunigen ist es schon, ja, ja. Aber da haben Sie es an der Musikhochschule eigentlich einfacher gehabt. Sie mussten erfolgreich sein und mussten die Politik überzeugen, oder? Naja, es klingt vielleicht einfach, aber so einfach war es nicht. Es war wirklich nicht einfach. Ich meine, ich muss sagen, persönlich hatte ich Glück. Ich habe hauptsächlich mit zwei wunderbaren Ministern arbeiten dürfen. Einmal mit Helmut Engler und einmal mit Klaus von Trotter. Und in dem Moment, wo sozusagen der Chef, der Häuptling, so viel Verständnis selber erbringt für das, was man möchte, das ist schon sehr viel gewonnen. Aber es ist trotzdem die Frage des Geldes war immer und auch die bürokratischen Zwänge, ja. Also meine Hauptaufgabe war wirklich, so lang und so stark zu arbeiten, dass wir die Genehmigung für die Bauten bekommen. Und es waren so viele Schritte und so viele Levels zu erreichen, weil auch der Bund war ja mit dabei, bis dann entschieden wurde, zwischen Bund und Land, dass die Länder zuständig sind, auch für Universitären, für Hochschulbauten. Und es waren so viele... Sie merken, wie eine gewiefte Politikerin aus einer Pianistin geworden ist im Laufe der Jahre. Naja, es musste sein. Und ich muss sagen, ich habe auch, muss ich sagen, damals habe ich darunter gelitten. Aber es war ein Glück für mich, ich hatte einen sehr schlechten Verwaltungsleiter gehabt. Also ich musste lernen, einen Haushalt lesen zu können, ja. Titel und so weiter. Ich musste lernen, alles, was eigentlich zu der Arbeit des Verwaltungsleiters gehörte. Und bis er irgendwann mal einen Prozess gegen mich initiiert hat und verloren hat, dann hat er beschlossen, dass er doch lieber woanders gehen sollte. Aber das war natürlich, weil dadurch musste ich wirklich unglaublich viel lernen. Und ich hatte auch im Ministerium, unser Referent für die Musikhochschulen, hieß Klaus Schmidt. Der ist inzwischen auch in Passion. Und der Klaus Schmidt kannte mich schon, bevor ich Rektorin war. Und wir hatten eine wunderbare Verbindung. Also die war ja so gut, dass irgendwann haben meine voll Neid erfüllten Kollegen Rektoren irgendwann mal Gerüchte gesetzt, dass der Klaus Schmidt und ich werden ein Paar. Weil natürlich eine Frau kann nur auf solchen Wegen Dinge erreichen. Aber wir haben wirklich fantastische Zusammenarbeit geleistet. Also die Chemie muss, glaube ich, immer stimmen mit den richtigen Leuten. Und dann kriegt man das hin. Chemie muss stimmen. Das ist noch ein ganz gutes Stichwort zu einem anderen Aspekt, wo ich noch kurz darauf zu sprechen kommen möchte, was die Stadtentwicklung von Karlsruhe angeht. Also im Moment kann man es nicht ganz so genießen, aber wenn mal alles fertig ist und man kann sehen, was Weinbrenner da geschaffen hat und auch was für schöne Straßenräume Karlsruhe als Stadt hat, wie großzügig diese Stadt angelegt ist und trotzdem menschliche Dimensionen hat im Weinbrennerschen Sinne, fragt man sich, warum das Stadtplaner heute so schlecht hinkriegen. Denn dieses große Misstrauen gegenüber dem, was da heute so entworfen wird, ist ja nicht ganz unberechtigt. Es gibt ja viele moderne, unmenschliche Plätze, unmenschliche Architekturen, die gegen die Menschen regelrecht gebaut sind. Ich mag moderne Architektur, aber ich frage mich immer, warum kriegen die Räume nicht so hin, dass die Menschen sich da wohlfühlen. Also die Karlsruher Steinwüstenplätze, die moderneren, sind ja oft auch solche. Ich habe jetzt gehört, der Marktplatz soll wieder eine Steinwüste werden, da müssen wir jetzt langsam mal Widerstand gegen leisten. Wurde letzte Woche veröffentlicht. Also warum ist das so? Warum haben die das früher hingekriegt? Schöne Plätze zu schaffen, Aufenthaltsqualität zu schaffen und warum ist das heute oft anscheinend unfassbar schwer? Wenn man sich jetzt die Neubauten auf dem S21-Gelände in Stuttgart anguckt, ist es ja auch traurig, was da gebaut wurde. Es ist natürlich schwierig, jetzt da sozusagen auf diesen pauschalisierten Vorwurf zu antworten. Ich denke mir, Es gibt verschiedene Aspekte dabei. Das eine ist sozusagen Faktor Zeit. Also es hat zum Beispiel in Stuttgart ist der Marienplatz neu gestaltet worden. Dabei sind viele Bäume abgerissen worden. Es sind aber neue gepflanzt worden, und zwar Kastanien. Die werden eine enorme räumliche Wirkung haben, wenn sie mal 20 Jahre alt sind, aber nicht heute. Heute sind das solche zarten Bäumchen, die da stehen, die nimmt man noch gar nicht richtig wahr. Da muss man sozusagen etwas Geduld haben. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, dass es häufig, also wird der Platz erst gestaltet, und die Randnutzungen kommen dann so nach und nach. Also das ist diese Erfahrung, die Cafés oder so etwas, die Leute in den Erdgeschossen, die merken dann, dass sie an dieser Stelle auch Geld verdienen können, aber das dauert ein bisschen. Das sind so... Cafés geht aber nur, wenn keine L-Bank da ist, die keine reinlässt. Ja, das ist richtig. Also das sind so Aspekte, die ich auch vorschlagen würde, zu bedenken. Ich gebe Ihnen allerdings recht, es gibt manchmal Plätze, wo ich auch ein bisschen erschreckt bin. Also wo ich es mir auch ehrlich gesagt nicht richtig erklären kann. Und wo ich denke, Mensch, eigentlich sieht man doch in diesen sehr schön proportionierten Straßenräumen, wie wir sie hier auch in Karlsruhe haben, und ich finde, das ist eine besondere Stärke der Stadt, diese Straßenräume. Die Rezepte sind da, warum wendet ihr sie nicht an? Also ich kann Ihnen da an einigen Stellen recht geben. Vielleicht ist es der Wunsch, dass eben die Architektur dann so schön sichtbar ist oder so etwas, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich so eine platte Eitelkeit im Einzelfall. Ich würde das aber nicht als ein generelles Verdikt sagen. Und es gibt natürlich auch noch einen weiteren Aspekt. In dieser dichten Stadt, wo die immer eine Tendenz hat, sich noch etwas dichter bebaut zu werden, ist es natürlich auch letztlich dann doch schön, irgendwo mal aufatmen zu können und mal 100 Meter weit schauen zu können. Also zum Thema Platz. Und letztlich gibt es dann auch noch denkmalpflegerische Aspekte. Also so etwas wie ein barocker oder in dem Fall klassizistischer Marktplatz. Hat eben nie Bäume gehabt und wahrscheinlich, das werden Sie besser wissen, aber dann ist es auch ein Problem, dann da plötzlich mit Bäumen zu kommen, nur weil es heute dem Zeitgeschmack entspricht. Also da will ich auch eine Dampel... Ist das so? Weinbrenner hat seinen Platz ohne Bäume geplant und er war Jahrhundert oder ein Jahrhundert lang zumindest ohne Bäume und ohne Einbauten. Später kamen dann mit der Industrialisierung, mit dem Verkehr die Einbauten, Straßenbahnen, Parkplätze und alles Mögliche. Und wenn wir jetzt den Marktplatz wieder als freien Platz, auch als baumlosen Platz zurückbekommen, dann bekommen wir genau das, was Sie gesagt haben. Wir bekommen einen Platz mit Denkmalcharakter, der durchaus auch hohe Aufenthaltsqualität haben kann, wenn die Restauration am Rande in Grenzen und Maßen vorhanden ist. Und es kommt dann ja auch wieder der Marktplatz, der Blumenmarkt zumindest. Kommt dann auch wieder. Und belebt diesen Platz. Was würde Weinbrenner denn heute sagen? Was glauben Sie, wenn er Karlsruhe sehen würde? Er wäre zunächst mal enttäuscht, dass so viel von seiner Substanz weg ist. Aber wenn er die Umstände kennt oder kennen würde, dann könnte er auch sagen, okay, ihr habt das Beste draus gemacht. Es gibt noch eine ganze Reihe Weinbrennerhäuser in der Zeringer Straße, in der Herrenstraße, Waldstraße, überall. Und es gibt die Restaurierung der Fassaden oder die Wiederherstellung der klassizistischen Fassaden am Marktplatz. Und es gibt die Idee, die doch geblieben ist, oder? Also die Idee hat die Stadt doch eigentlich weitergetrieben, die Weinbrenner hatte, oder? Naja, nicht alle. Also diese diagonalen jenseits des Ettlinger Tors, also südlich des Ettlinger Tors, die existieren zwar, aber sind dann eigentlich zugestellt und so weiter. Also die Idee hat schon Mühe, sich noch sichtbar zu werden. Es gibt einen einzigen Strahl, der bis in die Südstadt Ost durchgeht, die Waldronstraße. Aber das ist natürlich immer schwierig, wenn man das Lebenswerk dann sozusagen abgibt und andere treiben das weiter. Ich meine, ich glaube, Dieter Ludwig hat Fakten geschaffen, die auch in 100 Jahren noch ähnlich sein werden, oder? Sind Sie zufrieden, wie es jetzt läuft? Ganz andere Probleme, nicht? In der Kaiserstraße kommen jetzt ja statt der Straßenbahn eine richtige Baumreihe hin, dass wir eine richtige Allee bekommen, nicht? Da ist das der Gegenpol. Aber Sie haben schon recht, einen Platz muss man eben auch anders gestalten, nicht? Wir haben ja nur den Bodenbelag jetzt mal ausgewählt. Es kommt da ja auch noch einiges dazu. Okay, aber Sie gehen doch davon aus, dass es so, wie Sie es am Ende jetzt gedacht haben, auch gebaut wird und dass es auch so bleiben wird. Ich meine, so etwas braucht man ja nicht. Wir haben andere Probleme, nicht? Bei uns ist die Spur weit das Einzige, was festliegt. Aber sonst, wir brauchen halt eine Gleise und die müssen eben durchgezogen werden. Das ist ja mein Problem. Wenn ich irgendwo eine Straße in Angriff nehme, muss ich ja schauen, wie komme ich da durch, nicht? Wie komme ich durch Wildbad durch? Wie komme ich durch Bad Herrenalp durch? Da haben wir immer noch keine richtige Lösung, nicht? Ich muss ja immer schauen, wie ich da mich anpassen kann bei den Bürgern, nicht? Dass Sie das auch akzeptieren, nicht? Das ist gar nicht so einfach, nämlich. Das sieht so wunderbar aus, 700 Kilometer, 65 Strecken gebaut. Aber ich habe jahrelang keinen Urlaub gehabt, 20 Jahre ohne Urlaub, nie Samstag, Sonntag. Immer unterwegs, immer wieder werben, werben, werben. Die Leute mitnehmen, nicht? Wie das aussieht. Immer wieder Visionen darstellen. Immer wieder zeigen, auch mit Fotografien, machen Möglichkeiten, um aufzuzeigen, wie das dann alles mal wirkt, nicht? Denken Sie mal an die Erzberger Straße, da war ja Volksaufstand, nicht? Das ist alles null, keine einzige Beschwerde jetzt mehr. Also man muss brennen für das, was man tut. Man muss wissen, wie es aussieht später und muss dann überzeugen, die Leute begeistern. Man hat mir vorgeworfen, du hältst nur Begeisterungsreden, nicht? Ja, aber das ist ja die Grundvoraussetzung. Man muss es aber machen, nicht? Man muss sich einsetzen dafür. Ja, Frau Bechtolz-Schwabe. Sie hatten vorhin gesagt, es wird ein Leitbild der Stadt entwickelt. Das ist für mich nicht nur architektonisch zu sehen und in der Stadtentwicklung, sondern einfach auch die Aspekte reinzubringen aus der Technologieregion. Also wir wachsen zusammen. Es ist nicht nur Karlsruhe, sondern es ist auch der Norden und der Süden, der miteinander verschmilzt. Es ist die Rheinbrücke, die man auch schon längst hätte bauen können. Aber jetzt kommen weitere Dimensionen hinzu. Das ist auch aus der Sicht der Wirtschaft, der Arbeitsmarkt, zum Beispiel des Elsass. Wir haben junge Auszubildende aus dem Elsass und haben keine Infrastruktur, sie zu uns zu bringen. Also es gibt viele Interessierte, die auch zu uns kommen. Wir gehen auch in den Elsass und sprechen immer wieder mit jungen Menschen und die sagen, aber letztendlich ist es noch zu schwierig, zu ihnen zu kommen. Also auch das gehört zu einem Leitbild dazu, wie unsere Anbindung weiterhin aussieht. Und aber auch, wenn ich weiterhin beim Unternehmerischen bleibe, wie sich auch Gewerbeflächen in der Stadt entwickeln. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was so ein bisschen, naja, tabuisiert wird. Oder auch, es hat immer was damit zu tun, dass man Grünflächen zerstört, wenn man Gewerbe ansiedelt. Ich glaube, da brauchen wir auch noch mal eine andere Vision. Denn große Flächen für neue Firmen haben wir nicht. Stattdessen kann man doch Renaturierungen und andere Themen, die wirklich Naturschutz sind, ganz aktiv angehen. Aber ich glaube, da sind wir auch noch ein Stück zurückhaltend. Und schlichtweg haben wir keine großen Gewerbeflächen. Das ist tatsächlich ein Problem, dass Firmen, die wachsen, im Grunde aus Karlsruhe weggehen müssen. Die haben keine Chance, hier zu bleiben. Was natürlich für die Stadt auf Dauer auch nicht gut ist. Also das ist komplex. Wenn man solche Dinge weitertreiben will, wird es schwierig. Ich möchte aber noch bei Ihnen... Darf ich noch ganz kurz? Und das Dritte ist, wenn ich mir überlege, wenn die Kaiserstraße fertig ist, wo ist dann die Vision, was für Läden wir in der Kaiserstraße vorfinden werden? Wenn ich mich umschaue, was ich als Jugendliche hatte und was ich jetzt vorfinde, braucht auch Karlsruhe ein Leitbild für seine Attraktivität und nicht nur diese Standardgeschäfte, die sich die Mietpreise leisten kann, sondern die ganzen schönen Einzelhändler, die wir hatten. Da fehlt auch wieder ein Leitbild, um die anzusiedeln. Das wäre dann jetzt ein anderes Diskussionsthema, wo wir auch sehr ausgiebig noch mal mit ein paar Verantwortlichen aus der Stadt reden könnten. Aber Sie haben es ja gemerkt, ich glaube, da geben wir Ihnen alle von Herzen recht, dass da auch ganz klare Ideen dazugehören und vielleicht auch klare Vorgaben. Wobei, das ist dann halt wieder schwierig, das zu machen. Das ist in der Politik dann, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn man sich mit den Verantwortlichen unterhält, so etwas durchzusetzen. Aber ich wollte bei Ihnen noch mal nachfragen. Wir haben gesehen, wie Herr Ludwig zum Beispiel für seine Sache heute noch ohne Ende brennt. Ihre Eltern haben für Ihr Unternehmen auch gebrannt. Und wie ist das, wenn man das, und tun es noch, wenn man das übernimmt? Sie sind zwar damit groß geworden, aber glauben Sie, Sie können diese Begeisterung, dieses Feuer weiter halten auf diesem Level? Also es ist ja keine Asche, die ich weitertrage, sondern es ist ja wirklich ein Feuer. Und ich glaube, Feuermintern... Aber Sie müssen es am Rennen halten. Ja, also man muss seine eigenen Wege gehen. Und auch der Schritt, dass mein Vater wirklich... Mein Vater ist erst 67 und der hat ja heute noch Ideen und setzt Dinge um und ist aktiv. Aber auch irgendwann habe ich ihn dazu gedrängt und habe gesagt, jetzt gib es mir ganz oder lass es sein. So halb kann ich das irgendwie nicht machen. Und erst letzte Woche hat er auch zu mir gesagt, ich glaube, manchmal eine Unternehmensnachfolge funktioniert dann nicht, wenn die Nachfolger nicht mit aller Konsequenz auch einfordern, was sie wollen. Weil ich habe gesagt, entweder wir regeln das jetzt oder ich mache was anderes. Und dann hat er gesagt, eigentlich hat er genau auf den Punkt gewartet, weil das Feuer muss man auch irgendwie im Hintern haben, es alleine machen zu wollen. Ich glaube, ich mache mir viel zu wenig Gedanken über die großen Schuhe. Also wenn ich das machen würde, dann sind die Schuhe zu groß. Sie machen es einfach. Ja, ich versuche es. Wir drücken die Daumen, dass es weiter so gut läuft, wie es läuft. Dann schauen wir noch mal in die Zukunft. Das wäre mir noch ganz wichtig. Also wir haben ja jetzt gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Früher hat der absolutistische Herrscher entschieden. Wobei, da möchte ich noch mal kurz nachfragen, war das tatsächlich so? Also wenn wir jetzt Nebenius nehmen, der Bildungsreformer war und vieles andere mehr, musste der überhaupt keine Widerstände überwinden mit seinen Ideen? Musste der nur seinen Herrscher überzeugen? Und dann ging alles? War das damals auch ein bisschen anders? So einfach war es, weiß Gott nicht. Wenn wir zurückschauen in den Anfang des 19. Jahrhunderts, dann sehen wir, dass da ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Mit der Schaffung des Großherzogtums war es notwendig geworden, ein Konglomerat von kleinen Herrschaften, von Ländereien, von unterschiedlichen Kulturen zu einer Einheit zusammenzuführen. Das führte dazu, dass die Beamten, die der Großherzog sich ausgewählt hat, zunehmend an Gewicht gewonnen haben. Sie haben die Rahmenbedingungen in Verordnungen und Gesetzesformen gegossen, die notwendig waren, um das Land Baden erst mal vor dem Bankrott zu retten und es dann in die Zukunft zu entwickeln. Und einer, der da ganz maßgeblich war, an der Revolution von oben mitzuwirken, war Karl Friedrich Nebenius. Er hat die Verfassung geschrieben, was zu seiner Zeit weitgehend verdrängt wurde. Also er als Autor wurde nicht so gewürdigt, wie er das verdient gehabt hätte. Und ich sage immer, das Großherzog Karl-Denkmal, später dann Verfassungssäule genannt, ist eigentlich ein Denkmal auch für Karl Friedrich Nebenius. Weil er der Vater dieser Verfassung ist, an die die Verfassungssäule erinnert. Er hat aber nicht nur die Verfassung geschaffen, er war viel mehr Generalist. Er hat das Finanz- und Steuerwesen auf eine solide Basis gestellt. Er hat dann später das metrische System in Baden, in ganz Baden eingeführt, weil da gab es unterschiedlichste Dinge. Er hat die Binnenzölle aufgehoben. Wenn man von Nord nach Süd gereist ist, hatte man am Anfang Dutzende von Zollgrenzen zu überschreiten. Er hat dann in seiner Blütezeit oder in der Blütezeit des Liberalismus von 1830 bis 1839 ein Pressefreiheitsgesetz geschaffen, das allerdings auf Drängen des Deutschen Bundes nach einem halben Jahr wieder kassiert werden musste. Er hat Bildungsreformen durchgesetzt, das heißt, er hat das Polytechnikum durch die Zusammenführung der 1825 gegründeten Schule und der Weinbrennerschen und der Tullarschen Schulen und die Gliederung in Fachschulen, einen neuen Lehrplan, neues Zugangsalter, also die Erhöhung der Altersgrenze für eine vernünftige Struktur geschaffen, die aus dem Polytechnikum erst eine Erfolgsgeschichte gemacht hat. Und er hat dann noch die Zehnten und die Frohnen abgeschafft. Er hat den Zollverein schon 1819 angedacht, hat verhandelt mit den süddeutschen Staaten über einen Zollverein, also eine Vergrößerung des Wirtschaftsgebietes. Aber der musste nicht, wie Dieter Ludwig, eine Begeisterungsrede nach der anderen halten, um das durchzusetzen. Der musste die Leute nicht in dem Maße mitnehmen, wie das heute wurde. Er hat selber dafür gesorgt, dass die Leute mitgegangen sind. Er war nämlich auch ein großer Propagandist. Ah, also er hat das auch gemacht. Er hat Zeitungsartikel geschrieben, er hat Broschüren verfasst, er hat sogar eine Broschüre über den Zollverein an die württembergischen Abgeordneten schicken lassen, um die zu gewinnen für den süddeutschen Zollverein. Das hat am Anfang noch nicht geklappt, erst 1836 mit dem deutschen Zollverein ist seine Idee dann umgesetzt worden. Und auch ganz wichtig, Herr Ludwig, er hat für die Eisenbahn geworben, für den Eisenbahnbau. Und zwar in dem Sinn, dass er gesagt hat, wir brauchen eine Staatsbahn, die nicht von Privaten zu finanzieren ist, weil das ist nicht zu schaffen. Er hat also dafür gesorgt, dass die Eisenbahn in Staatshand geblieben ist und dadurch auch die Tarife vom Staat festgelegt werden konnten und damit nutzerfreundlich sein konnten. Eine Idee, die dann später, als das Gaswerk in städtische Direktion übergegangen ist, also Gaswerk 1846 geschaffen, 1869 in städtischen Besitz übergegangen und erst nachdem die Stadt im Besitz war, konnte sie sagen, so, wir machen jetzt sozialverträgliche Tarife. Und dann ist das Gaswerk ein Erfolg geworden. Also, auch ein großer Visionär und ein Mann, der überzeugen konnte und überzeugen musste. Trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, heute ist es schwieriger, solche Lebenswerke zu schaffen als damals, wegen der vielen Widerstände. Vielleicht auch, weil wir eben heute nicht mehr so eine Gründergeneration waren, weil wir einen anderen Background haben, weil wir alle viel satter aufgewachsen sind. Wenn ich mich umschaue, zumindest jetzt in Fernsehsendern zum Beispiel, wo ich Einblicke habe, aber auch in manchen Unternehmen habe ich das Gefühl, da sind die Leute viel mehr zahlengetrieben als früher. Da werden weniger Bauchentscheidungen gefällt, da wird eher so abgewogen und man mogelt sich so ein bisschen um Entscheidungen drumherum. Das sind ja nicht die idealen Voraussetzungen, um große Lebenswerke zu schaffen. Wie sehen Sie das? Ich würde da mal abwarten. Die IT-Wirtschaft in Karlsruhe gilt ja als in Deutschland führend. Warten wir mal 20 Jahre ab, was für Weltfirmen hier noch entstehen. INIT ist ja schon ein gutes Beispiel. INIT ist ein gutes Beispiel. Wobei, apropos Gewerbeflächen, INIT hat jetzt auf sanften Druck der Stadt, aber sicher auch gern gesehen, in die Höhe entwickelt. Und das wird die Zukunft sein, auch für Gewerbegebiete und Gewerbeflächen. Nicht mehr die Kisten, die ein- oder zweigeschossigen auf der Fläche, sondern es wird in die Höhe gehen müssen. Aber Sie haben vorhin ja schon gesagt, Sie glauben das nicht, dass es schwieriger heute ist. Sie glauben wirklich, es ist möglich, solche Werke noch zu schaffen. Es wird irgendwann auch ein neuer Dieter Ludwig kommen, eine neue Fanny Solter, und werden auch solche Werke schaffen. Also das Gute an der jüngeren Generation ist ja, dass es nicht wirklich beurteilen kann. Also wir wachsen so, muss man ja so sagen, wir wachsen so auf, wir machen ein Studium, wir wachsen in eine gewisse wirtschaftliche Situation hinein, und dann können wir sagen, entweder wir stecken jetzt den Kopf in den Sand, oder wir sehen die Möglichkeiten. Und erstens finde ich, also ich habe jetzt auch lange in München gewohnt, die Entscheidung, nicht nur ins Familienunternehmen zu kommen, sondern auch ganz bewusst, mein Lebensmittelpunkt wieder nach Karlsruhe, ist nicht zuletzt, ist eine der schönsten Städte, die ich kenne. Wir haben so viele, ich mache jetzt mal kurz eine Kurve um die Baustellen, die wir haben, aber ansonsten Grünfläche noch und nöcher, große Plätze, Großzügigkeit, die Nähe in den Kraichgau oder das ganze wunderschöne Hügelland, auch Durlach, also wunderschöne Gegenden und auch die, sag ich mal, die Mentalität, Karlsruhe 300 Jahre ist ja unheimlich jung im Vergleich zu dem, was eigentlich drumherum ist. Und ich empfinde es eher so, dass ich glaube, hier ist ein Unternehmergeist, hier ist eine Wiege des ITs, sozusagen ein Beschleunigungszentrum für Innovationen und es färbt doch auch auf die Unternehmer ab, also mit allen, mit denen ich mich immer wieder unterhalte und auch neue Ideen kreiere, da ist Offenheit da, da ist Unternehmergeist da. Ich engagiere mich jetzt auch für ein Projekt, das heißt Startup Teens, also wir gehen dann in Schulen und wollen dort auch wirklich Menschen, die ganz Jungen bewegen und sagen, wie ist Unternehmertum eigentlich, nicht was in den Fernsehserien gezeigt wird, der böse Unternehmer, der eigentlich nur noch sich wohlfühlt und Geld schäffelt, sondern auch wirklich wieder dazu zu sprechen und sagen, Unternehmertum ist was Tolles und ich glaube, dass die Szene, wenn ich sie so nennen will, hier in Karlsruhe großartig ist, also ich empfinde es nicht als starr oder steif. Dann freuen wir uns, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen, dann freuen wir uns auf viele spannende neue Lebenswerke, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hoffentlich alle noch erleben werden. Applaus 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 Vielen Dank.